Wir begrüßen Sie in der Rostock RS-Bahn auf der Fahrt von Rostock Hauptbahnhof nach Rostock Seehafen Nord und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Wir begrüßen Sie in der Rostock. Wir erreichen jetzt Rostock Seehafen Nord. Unser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteuern. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ab Sonntag, den 9. Dezember 2012, Fahrplanwechsel, wird der Haltepunkt Rostock-Seehafenort nicht mehr bedient.